Sivis parchem parabellum. Wer Frieden will, rüste sich zum Krieg. Platon, Cicero, Russland, Ukraine, NATO, EU. Wer redet, der schießt nicht, sagt die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Da könnte man ja mal beruhigt sein, denn so viele Spitzentreffen und Videoschaltungen von Staatschefs aller Herren Länder wie im Frühjahr 2022 gab es selten. Nur ist der Zusammenhang von Diplomatie und Krieg ein völlig anderer, als er von den zuständigen Kriegsherren und Damen immer mal wieder behauptet wird. Diplomatisch teilen sie sich nämlich wechselseitig mit, was sie voneinander wollen und definieren dabei rote Linien, bei deren Überschreitung sie gewillt sind. Ein Krieg gegeneinander zu führen. Über die Gründe, warum Russland, Ukraine und die NATO-Staaten sich für den Krieg rüsten, geht es in diesem Text. Dafür muss man nicht nach geheimen Interessen suchen, die hinter den Kulissen wirken, sondern kann sich ganz auf die offiziellen Verlautbarungen stützen. Die geben alles her, was man zum Verstehen braucht. Freilich muss man da trennen zwischen dem, was sich die Staatschefs wechselseitig mitteilen und dem, was mehr an die eigene Bevölkerung gerichtet ist. Dass die gegnerische Seite lügt, betrügt, alleine aggressiv ist und damit letztlich einfach böse ist, das bekommt jeder in seiner Heimatpropaganda zu hören. Damit weiß man dann nichts über den Krieg, sondern bekommt so mitgeteilt, dass der eigene Staat gut ist und gar nicht anders kann, als mit Kriegsvorbereitung oder Gleichkriegshandlung zu reagieren, obwohl er das echt nicht will. Für das Fußvolk sind das also lauter moralische Gründe, dem eigenen Staat die Daumen zu drücken, den anderen zu verteufeln, die kommenden wirtschaftlichen Schäden opferbereit anzunehmen oder sich selbst als Kanonenfutter bei der Musterung anzubieten. Diese Legitimation des Krieges behandelt der Text nur am Rande. Hier soll nur dazu aufgefordert werden, sich einmal fünf Minuten die Frage, wer gut oder böse ist, zu verkneifen und sich nüchtern zu fragen, was ist hier los? Danach kann man sich wieder Fragen widmen, wem man die Daumen drücken will. Wir meinen, dass die Antwort dann ist, niemanden. Was fordert Russland? Was fordert der Westen? Wechselseitig teilen sich die staatlichen Protagonisten mit, was sie voneinander wollen. Diese Forderungen und die Antworten darauf seien hier am Anfang nochmal aufgelistet, um zum einen den Umfang dessen zu beschreiben, was alles eine Rolle spielt, und zum Zweiten, um deutlich zu machen, keine der Forderungen ist neu, sie sind seit Langem bekannt. Das ist wichtig festzustellen, weil damit klar ist, dass die potenziellen Kriegsgründe tiefer liegen, als in irgendwelchen konkreten Ereignissen im Frühjahr 2022. Russland fordert eine Beendigung der Ostausdehnung der NATO. Mindestens die Ukraine darf nicht NATO-Mitglied werden. Mitgemeint ist aber auch Georgien, Republik Moldau, Schweden, Finnland. Umsetzung des Minsker-Abkommens, das heißt für Russland vor allem, direkte Verhandlungen mit den Separatisten und Sicherstellung des Autonomiestatus. Der Westen müsse auf die Ukraine Druck ausüben, um dies zu befördern. Stopp der Aufrüstung der Ukraine durch westliche Mächte. Stopp mit der Aufrüstung anderer osteuropäischer NATO-Staaten und der dortigen Abhaltung von NATO-Manövern. Insbesondere Stopp der Stationierung bestimmter Waffensysteme in den osteuropäischen NATO-Staaten begleitet mit dem Vorwurf, dass damit irgendwelche Verträge der Vergangenheit unterlaufen werden. Zusammengefasst ist das in der Forderung nach Sicherheitsgarantien in Europa und für Russland. Hinzu kommen dann Forderungen in Sachen Formfragen. Direkte Verhandlungen mit den USA statt nur mit Deutschland oder Frankreich. Direkte Verhandlungen mit der NATO statt etwa im Rahmen der OECD. Was der Westen von Russland fordert bzw. wie der Westen auf diese Forderung reagiert. Kein Ende der Open-Door-Policy. Wenn ein Staat will und den Antrag stellt und die NATO-Mitglieder das gut finden, dann bekommt der Staat auch die Perspektive einer NATO-Mitgliedschaft. Russland soll das Selbstbestimmungsrecht der Völker anerkennen. Damit ist gemeint. Rückzug der russischen Truppen aus der Krim, aus der Ostukraine sowie aus Georgien und Moldawien. Manöver Russlands in der Nähe der osteuropäischen Staaten müssen aufhören. Insbesondere Stopp der Stationierung bestimmter Waffensysteme an den Grenzen zu den osteuropäischen NATO-Staaten. Begleitet mit dem Vorwurf, dass damit irgendwelche Verträge der Vergangenheit unterlaufen werden. Wie bereits angemerkt, keine dieser Forderungen von Russland oder der NATO sind neu. Mit ihnen belämmern sich die Kontrahenten seit Jahren. Eine Sache mag aktuell eine Veränderung sein. Die USA beziehungsweise der neue Präsident spricht tatsächlich mehr direkt mit Putin und nimmt sich der Sache verstärkt an. Ohne ein Kompromiss in der Sache anzudeuten. Alle Seiten beteuern, dass sie keinen Krieg wollen. Aber Drohungen werden reichlich ausgesprochen. Russland Wir wollen keinen Krieg, wir brauchen ihn überhaupt nicht. So der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patrutschew. Der russische UN-Botschafter wird am 01.02.2022 vom Handelsblatt wie folgt zusammengefasst. Zitat Russland will nach Angaben seines UN-Botschafters auch dann kein Krieg in der Ukraine beginnen, wenn die Forderungen nach Sicherheitsgarantien seitens der NATO und USA scheitern sollten. Ich kann das ausschließen, sagte der Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen Vassili Nebensia, der Agentur Interfax zufolge in New York. Auch wenn die Verhandlungen über die Sicherheit in Europa scheitern würden, werde es keinen Überfall Russlands auf die Ukraine geben. Nebensia hatte den USA in der UN-Sitzung am Montag vorgeworfen, ein Krieg in Europa herbeireden zu wollen. Russland sieht sich durch US-Waffen und die NATO bedroht und fordert deshalb Sicherheitsgarantien. Zugleich schließt die Führung in Moskau ein Eingreifen im Konflikt um die Ostukraine nicht aus, sollte Kiew mit einer Militäroperation versuchen, sich die abtrünnigen Gebiete in Donbass mit Gewalt zurückzuholen. Russland könnte unter Berufung auf seine Militärdoktrin zum Schutz seiner Bürger dort einmarschieren. Zitat Ende. Der russische UN-Botschafter tut kund, dass die Forderungen an die NATO nicht mit einer Kriegsandrohung verbunden sind, um am Ende ein Aber einzufügen. Mit der Militäraktion seitens Kiew gegen die Ostprovinzen hat Russland freilich einen recht dehnbaren Kriegseintrittsgrund ausgesprochen. Denn dass die Regierung in Kiew die abtrünnigen Republiken zurückholen will, dafür auch Militär einsetzt und sich aufrüstet, ist klar. Dass an der Konfliktlinie ständig Kriegshandlungen durchgeführt werden, ist Fakt. Auf dieser Grundlage ist von Russland sehr wohl eine Kriegsandrohung ausgesprochen. Und die Frage, wann Russland meint, dass die Ukraine die Ostprovinzen mit Militäroperationen zurückholen will, ist damit schlicht in die Entscheidungshoheit Russlands gesetzt. Russland hätte das schon vor einigen Jahren als Fakt feststellen können und könnte das genauso gut heute wie in zwei Wochen oder in einem Jahr feststellen. In der Verbindung von Forderungen an die NATO mit diesem dehnbar zu interpretierbaren Kriegseintrittsereignis macht Russland dem Westen deutlich. Reagiert auf unsere Forderungen, sonst nehmen wir uns die Freiheit, die Lage in der Ukraine nicht nur indirekt vermittelt über Waffenlieferungen, sondern direkt mit der russischen Militärmacht entscheidend zu ändern. Wenn Russland meint, dass an den Grenzen der Ostprovinzen ein zu viel an militärischem Engagement seitens Kiew vorhanden ist, beziehungsweise seinen Forderungen seitens der NATO zu wenig Respekt entgegengebracht wird, dann hat Russland mehrere Optionen. Noch mehr Aufrüstungshilfen für die Ostprovinzen, Söldner reinschicken bis hin zu eigenen Soldaten hinschicken. Würde Kiew das zum Anlass verstärkter Militäraktionen dort nehmen, könnte Russland wiederum den Westen der Ukraine mit Krieg überziehen beziehungsweise Truppenverlegung der Regierung in Kiew militärisch verhindern. Nicht um sich die gesamte Ukraine einzuverleiben, sondern um die abschließende faktische Abspaltung der Ostprovinzen durchzusetzen. Oder aber gar nichts machen, die Massenmanöver rund um die Ukraine beenden, um sie dann in drei oder sechs Monaten einfach zu wiederholen. So hält Russland die NATO auf Trab, kann jederzeit dennoch den Übergang machen oder nur darauf spekulieren, dass die Drohungen die Interessenunterschiede innerhalb der NATO vorantreiben. Dazu gleich Die NATO schreibt in ihrer Antwort an Russland Die NATO will also auch kein Krieg. Aber verteidigen wollen sie einiges und das mit deutlicher Vorwärtsbewegung. Hier gehen die Standpunkte innerhalb der NATO aber auch ein wenig auseinander. Niemand will Russland jetzt angreifen. Aber in einer Aufrüstung Osteuropas inklusive neuer NATO Staaten, die irgendwann erlaubt, sich aus einem atomaren Patt herauszuarbeiten und ein Krieg gegen Russland durch Überlegenheit in diversen Waffensystemen ohne immense Kollateralschäden realistisch gewinnbar zu machen. Daran arbeiten mit Hochdruck die USA, Polen und die baltischen Länder. Alle europäischen Staaten arbeiten daran mit, aber mit leicht angezogener Handbremse dazu gleich mehr. Die Ukraine lässt sich gerne aufrüsten von ihren erhofften NATO-Partnern in Späh. Die USA, Großbritannien und die baltischen Staaten kommen dem Begehren mit Werf nach, andere Länder sind da vorsichtiger, auch dazu gleich mehr. Die NATO-Position ist aber klar. Direkt wird sie die Ukraine bei einer militärischen Aktion Russlands nicht unterstützen. Wenn die Ukraine jetzt partiell zu einem noch größeren Schlachtfeld werden sollte, als sie es eh schon ist, dann ist nur eins versprochen. Harte Wirtschaftssanktion gegen Russland bis hin zur Drohung mit der wirtschaftspolitischen Atombombe, dem Ausschluss aus dem SWIFT-System, also dem Ausschluss aus dem im Brüssel beheimerten internationalen Zahlungssystem, mit dem weltweit die Überweisung der Privatbanken gemacht werden. Unmittelbar wäre damit Russland aus fast jedem internationalen Handel ausgeschlossen. Hinsichtlich der Wirtschaftssanktion ist vor allem Europa selbst gefragt und dann betroffen. In dieser Hinsicht sind einige Staaten zunächst zögerlich, insbesondere Deutschland mit seinem Nord Stream 2-Projekt. Vieles dreht sich um die Disziplinierung dieser NATO-Partner durch die USA unter Anfeuerung seiner europäischen Scharfmacher. Den Forderungen Russlands in Hinsicht hört auf Osteuropa aufzurüsten, begegnet die NATO mit geschlossener und demonstrativer zusätzlicher Truppenverlegung in diese Gebiete. Hier sind fast alle Mächte engagiert mit dabei. Für welchen Frieden sind alle Seiten jeweils bereit, einen Krieg zu führen bzw. aktuell die Ukraine führen zu lassen? Sowohl Russland als auch der NATO geht es um nicht weniger als die Friedensordnung in Europa. Beide setzen das gleich mit einer Sicherheitsarchitektur. Den Frieden gibt es also nur, wenn die Waffengewalt, die alle Seiten mobilisieren, richtig abgestimmt und richtig eingesetzt wird. Und was richtig ist, darüber gehen die Positionen aufgrund der nationalen Interessenlagen auseinander. Zwischen Russland und der NATO prinzipiell, aber auch zwischen den NATO Staaten selbst gibt es nicht unerhebliche Unterschiede. Nicht wenige Kriege in letzter Zeit legitimierte der Westen mit den Menschenrechten. Das Volk müsse gegen einen Diktator oder einen Unrechtsregime unterstützt und verteidigt werden. Gegen diese Kriege hat dann Russland immer das Selbstbestimmungsrecht der Völker hochgehalten, etwa in Jugoslawien oder Syrien. Hier in der Legitimationsschlacht um die aktuelle Friedensordnung in Europa stellt die NATO hingegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker heraus, wenn sie von Russland verlangen, dass Entscheidungen von Regierungen sich der NATO anzuschließen, respektiert werden müssen. Die Menschenrechte oder das Selbstbestimmungsrecht der Völker sind zwar keine inhaltsleeren Formeln, sie sind durchaus Prinzipien der internationalen Weltordnung. Aber internationale Vereinbarungen werden von Staaten eben beachtet oder nicht. Letztlich kommt es im konkreten Fall auf die wirtschaftspolitische und militärische Wucht der Staaten an, ob das eine oder andere Prinzip zur Geltung kommt. Auf jeden Fall eignen sich die Prinzipien um einen Krieg wahlweise ins gute oder schlechte Licht zu rücken. Hinsichtlich der Ordnung in Europa macht Russland bei dem Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht unbedingt mit. Dort, wo durch einen Aufstand wie dem Maidan die alte Regierung abgesetzt wurde, erkennt Russland die neue Regierung nicht an. Und zweitens bestreitet es überhaupt, dass eine Regierung sicherheitspolitisch machen kann, was sie will, ohne die Sicherheitsinteressen Russlands zu beachten. Mit militärischen Mitteln hat es der friedlichen Osterweiterung der NATO im Fall der Ukraine Knüppel zwischen die Beine geworfen. In Moldawien und Georgien wiederum unterstützt Russland schon länger Provinzen, die sich gegen eine Westorientierung auflehnen. Um die Gemengenlage aufzudröseln, lohnt es sich diesmal bei der EU anzufangen. Die EU und die friedliche Erweiterung Gen-Osten Die Auflösung der Sowjetunion beinhaltete die Gründung vieler neuer Staaten und die Loslösung der Ostblockstaaten aus alten Verbindlichkeiten. In der Kalkulation der diversen kommunistischen und anderer neuer Parteien, aber vor allem in Russland, wurden die alten zwischenstaatlichen ökonomischen Regeln der sozialistischen Länder, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, als Ballast für die neuen kapitalistisch orientierten nationalen Aufbruchsprogramme verbucht. Zugleich wurde auf die alten Verflechtungen der Ökonomien so spekuliert, wie es sich für kapitalistisch orientierte Staaten gehört. Sie sind Material, um der nationalen Wirtschaft Vorteile herauszuholen, im Zweifelsfall auf Kosten der anderen Nationen. Dies und die Umstellung der ehemaligen Planwirtschaft auf eine kapitalistische Wirtschaft hat erst mal viel nationale Ökonomie kaputt gemacht. Gerade neu gegründet oder aus den alten Verpflichtungen entlassen, sind alle Staaten ein Fall für den IWF geworden. Hier haben die EU-Staaten Potenzial gesehen. Nach und nach wurde den Staaten in diversen Erweiterungswellen der EU folgendes Angebot gemacht. Arbeite darauf hin, bei uns Mitglied zu werden. Dafür musst du alle Regeln der EU, die es schon gibt, als Komplettpaket übernehmen. Das hat den Vorteil, dass dann das Kapital aus der EU, wenn es will, zu dir kommt. Der Preis dafür. Du musst die Freihandels- und Produktstandardregeln der EU übernehmen, was unvereinbar ist mit deinen alten ökonomischen Beziehungen zu deinen weiter östlich gelegenen Nachbarn. Denn wer Teil des Binnenmarktes der EU ist, darf keine eigenständige Zollpolitik mehr machen, sondern muss gegenüber den Nicht-EU-Ländern die von der EU festgelegten Zölle beachten. Kompromisse sind ausgeschlossen. So funktioniert nun mal die EU. Wenn sich die Staaten darauf eingelassen haben, dann haben sie damit den Druck auf die weiter östlich gelegenen Partner erhöht. Immer ist bei denen ein weiteres Stück nationaler Ökonomie darüber kaputt gegangen, dass der Nachbar der EU beigetreten ist und damit zugleich die bisherigen Handelsregeln gekündigt waren. Das ist dann eine gute Grundlage für das Angebot der EU an diese Nachbarn gewesen. Ein EU-Beitritt bzw. das Hinarbeiten darauf ist ziemlich gleichbedeutend mit einem NATO-Beitritt. Das ist ein weiterer Vorteil, den die EU als Angebot in die Waagschale werfen kann. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die mit der EU-Mitgliedschaft winkt, ist ein Vorteil für Staaten, die darauf spekulieren, zumindest Devisen, also Weltgeld wie Euro oder Dollar, über die Überweisung der Arbeitsmigranten in die Heimat zu bekommen. Für viele lohnabhängige Menschen erscheint die Freizügigkeit wie eine Verheißung, weil sie in Massen arbeitslos geworden sind aufgrund der Umstellung der realsozialistischen Planwirtschaft hin zur freien Marktwirtschaft. Zumindest bei Teilen der Bevölkerung, insbesondere bei Studierenden, wird zudem die visafreie Bewegung in der EU und die Durchsetzung gewisser Rechtsstandards in Sachen Meinungsfreiheit so verstanden, dass Go-West eine gute Sache ist. Das sei hier erwähnt, weil das für die Maidan-Aufstände eine Rolle spielte. Ganz im Osten hat die EU mit ihrem Verfahren der friedlichen Eroberung Osteuropas gewisse Probleme. In der Ukraine, Weißrussland, der Republik Moldau und Georgien gibt es nennenswerte Anteile der politischen Elite und auch in der Bevölkerung, die nicht ohne weiteres überzeugt sind, sich der EU umstandslos anzuschließen. Im Westen wird das als Schaukelpolitik bewertet. Selbst wenn eine als pro-westlich betitelte Regierung an der Macht ist, kann sie sich nicht durchringen, sich umstandslos pro EU zu entscheiden, weil das mit einem Bruch der ökonomischen Beziehung zu Russland gleich bedeutend ist. Wegen des jeden Kompromiss ausschließenden Angebots der EU. Übernahme aller EU-Regeln. Oft profitieren die Staaten insbesondere von vergleichsweise billigem Öl und Gas aus Russland. Russland hat diesen Staaten aber ökonomisch auch keinen Entwicklungsweg zu bieten, sodass die Regierungen im nationalen Interesse immer zwischen Russland und der EU hin und her lavieren. In dieser Gemengenlage kommt es zu sogenannten Volksaufständen, die der Westen als gerechtfertigt anerkennt, mit Infrastruktur und sobald an der Macht mit Geld und schließlich mit Waffenlieferungen unterstützt. Und hier ist Russland mehrfach militärisch reingegrätscht. Es hat diejenigen Landesteile, die sich mehr pro-russisch fühlen, militärisch unterstützt. Im Fall weiß Russland unterstützt Russland gleich die Regierung. Jede EU-Erweiterung war ökonomisch ein Abtrag an Russlands Interessen. Immer mehr Staaten wurden aus den gewohnten Wirtschafts- und Handelsbeziehungen herausgebrochen. Das ist schon Grund genug für Russland, der EU-Osterweiterung ablehnend gegenüberzustehen. Ein noch stärkerer Grund für die Ablehnung ist aber die Verknüpfung von EU-Mitgliedschaft und NATO. Mit der militärischen Unterstützung bestimmter Teilgebiete von Staaten hat Russland damit Folgendes klargestellt. Die friedliche Eroberung Osteuropas, die Russlands Interessen entgegensteht, beruhte einerseits auf der ökonomischen Überlegenheit der EU beziehungsweise ihrer potenten Nationalökonomie. Die EU-Staaten konnten gemeinsam ökonomische Angebote für und Notlagen bei anderen Staaten herstellen, die auszuschlagen für die ehemaligen Ostblock-Staaten einfach nicht drin waren, während Russland hier außer vergünstigtes Gas und Öl kaum etwas entgegenstellen konnte. Andererseits Frechheiten gegen Russland konnte sich die EU und auch die östlichen EU-Anwärter auch nur erlauben, weil und so lange die Konkurrenz der Waffen nicht zum Tragen kam. Ganze Staaten mit Hilfe ökonomischer Angebote und Erpressung geopolitisch an sich zu binden, beruhte schon die ganze Zeit darauf, dass Russland die Freiheit eines Nachbarstaates zu tun und zu lassen, was es will, respektiert. Das ist die eine Grundlage des Friedens und der Sicherheitsarchitektur, die insbesondere die EU in Europa will. Nur so kann die EU ihre Soft Power machtvoll entfalten. Russland hat mit Georgien, Moldawien, der Ostukraine und schließlich mit der Annexion der Krim der EU vor Augen geführt, worauf ihr Eroberungsweg beruhte. Friedlich geht es nur voran, wenn der Gegner die Frechheiten aushält, weil er davon absieht, seine ökonomische Unterlegenheit durch eine militärische Überlegenheit zu kompensieren. Russland hatte eine Weile nur Klagen zugeschaut, mit Putin an der Macht dann aber einen Strategiewechsel vollzogen. Russland hat zwar kein alternatives Wirtschaftsblock Konzept, mit dem es Osteuropa wieder an sich binden könnte. Russland hat aber aufgrund der sowjetischen Geschichte, denn im Grunde ist es ein Widerspruch, dass ausgerechnet ein kapitalistisch schwaches Land die Militärmacht Nummer zwei in der Welt ist, ein Trumpf und leitet daraus einen Anspruch ab. Ein Land, etwa die Ukraine, darf seine eigene Sicherheit nicht auf Kosten der Interessen eines anderen Staates, also Russlands, festigen. Dieses Prinzip ist die russische Friedensordnung und Sicherheitsarchitektur für Europa, die der europäischen und NATO-mäßigen Art diametral entgegensteht. Und Russland hat eine realistische Einschätzung, mit wem man darüber reden muss, den USA. USA Die USA verfolgen wirtschaftspolitisch einerseits ein ähnliches Konzept wie die EU, nur auf globalem Maßstab. Auf Grundlage der ökonomischen Potenz, insbesondere als Stifter des Weltgeldes Dollar, der Staatenwelt Angebote machen und in Notlagen reinbuxieren, damit diese die Freihandelsregeln institutionalisiert in der Welthandelsorganisation übernehmen. Freihandel, da war sich die USA sicher, würde dem US-Kapital gute Wachstumsbedingungen in der Welt schaffen und damit die Überlegenheit in der weltweiten Konkurrenz immer wieder herstellen. Wo sich souveräne Staaten dem Dialog über die wirtschaftspolitische Benutzung prinzipiell entziehen wollten, und das hat der ehemalige Ostblock getan, da ging die USA dazu über, kriegerisch eine Änderung der dortigen Staatsräson zu erzwingen. Damit ist für die USA folgende Gleichung zur Staatsräson geworden. Um in der Staatenwelt Regeln durchzusetzen, die dafür sorgen, dass sich die Überlegenheit des US-Kapitals immer wieder herstellt, muss man als Nation zugleich die militärisch überlegene Macht sein. Und in dieser Hinsicht gab es nach dem Wegfall des ehemaligen Ostblock einen ganz anderen Blick auf die europäischen EU-Erweiterungsbemühungen. Sie sind gut, weil die helfen, einen gewichtigen Störfaktor zu schwächen. Die militärische Weltmacht Russland, das bislang einzige Land, das militärisch noch so viele Kapazitäten hat, dass gegen dieses ein Krieg nicht ohne immensen Kollateralschaden zu gewinnen wäre. Ein Exkurs zu den verschiedenen Politiken der US-Präsidenten. Obama hat Russland als Regionalmacht bezeichnet. Das war natürlich nicht die Wahrheit des Zustandes, sondern drückte einen Anspruch aus, was der richtige Zustand für Russland wäre und den die USA herbeiführen sollte. Trump hat einen anderen Blick auf die Sache geworfen. Für ihn war die EU und hier insbesondere Deutschland ein Gegner, weil diese die ökonomische Überlegenheit der USA nicht umstandslos reproduzieren, sondern ankratzen würden. Deutschland nutzte die Regeln, die die USA für sich in die Welt gesetzt hat, schamlos aus. Und militärisch wolle Deutschland dann nichts beisteuern. In diesem Lichte hat er folgende Linie verfolgt. Soll Europa doch selbst mit seiner Raumergreifung gen Osten klarkommen. Dafür werden keine US-Steuern mehr verschwendet. Die braucht man vor allem im Kampf gegen China. Diese Linie ist heute bei den Republikanern in den USA durchgesetzt. Freilich wurden auch unter Trumps Herrschaft die militärischen Fähigkeiten der USA massiv weiterentwickelt und so kann Biden die alte Linie gegenüber Russland wieder bruchlos auf die Tagesordnung setzen. NATO remains firmly committed to the fundamental principles and agreements underpinning European Security. USA und EU Die EU braucht für ihr Eroberungsprogramm die NATO und hiermit ist wesentlich die USA gemeint. Die USA brauchen für ihr Programm der unbestrittenen militärischen Überlegenheit die EU-Erweiterung als Schwächungsmittel für Russland. Aus dieser Interessensidentität ergibt sich das gemeinsame Auftreten und Handeln. Prinzipiell war die EU aber immer schon gedacht als ein Mittel der Mitgliedstaaten insbesondere der zentralen Mächte Deutschland und Frankreich sich langfristig von der USA zu emanzipieren. Insofern ergibt sich aktuell für Deutschland und Frankreich eine unangenehme Seite. Sobald es bei der EU-Erweiterung um militärische Fragen gegenüber Russland geht, liegt die Handlungsfähigkeit voll bei den USA. Diese bestimmen dann den Takt. Das hat man bei Trump bemerkt, das merkt man jetzt bei Biden. Unterhalb des Projektes keine Kompromisse mit Russland bei der EU-Osterweiterung ergibt sich das Ungemach. Die Kontrolle über die Eskalation mit Russland hat man gar nicht in der Hand. Aus diesem Widerspruch des EU-Projektes ergeben sich dann die relativen Uneinigkeiten im NATO-Bündnis. Macron sagt, dass man die Sicherheitsinteressen Russlands auch verstehen könne. Zugleich betätigt sich Frankreich als größter Waffenlieferant an die Ukraine und wird nicht müde zu betonen, dass Europa unter der Führung Frankreichs militärisch eigenständig gegenüber der USA werden müsse. Deutschland will keine Angriffswaffen in die Ukraine liefern. Deutschland will in der Androhung wirtschaftlicher Sanktion am liebsten Nord Stream 2 raushalten. Die EU ist die zentrale Machtbasis für die ökonomische Weltmacht Deutschland, dass aber die USA und Frankreich darauf drängen, auf ihre Weise die EU militärisch abzusichern, gefällt Deutschland nicht so sehr, weil der Führungsanspruch dann nicht bei ihm liegt. Die USA hat schon im letzten Jahr anlässlich eines Manövers Russlands an der Grenze der Ukraine vor einem kurz bevorstehenden Einmarsch Russlands gewarnt. Derzeit, Januar, Februar 2022, gibt es ein Dauerfeuer an unmittelbaren Kriegswarnungen. In der französischen und deutschen Politik wird das als übertrieben eingeschätzt, nach und nach wird die Position dann aber auch übernommen. Und jede geopolitische Über- und Unterordnungsfrage verästelt sich weiter. Polen und die baltischen Staaten sehen dort, wo die USA sich deutlicher einmischt, wiederum eine Gelegenheit, um Deutschland und Frankreich deutlich zu machen. Innerhalb der EU wollt ihr Führungsmächte sein. Das erkennen wir aber nicht grundsätzlich an. Großbritannien steht traditionsgemäß der USA mehr beiseite als Deutschland und Frankreich. Diese Stellung war schon immer der Versuch, die Hegemoniefrage in Europa mehr zugunsten Großbritanniens zu ändern. Mit dem Brexit folgt das Vereinigte Königreich dieser Strategie umso mehr und betätigt sich als Anheizer gegen Russland. Was nun? Russland, Deutschland, die USA sind Staaten, die ihre Macht aus den Geldgeschäften bei sich ziehen. Um diese zu verbessern und das Ausland dafür in Beschlag zu nehmen, gehen sie internationale Verträge ein, die auf Kosten des Interesses anderer Staaten gehen. Daher müssen diese Verträge und entsprechende Bündnisse militärisch abgesichert werden und die Interessenskollisionen heben sich auf die Ebene der Konkurrenz der Waffen, was wiederum einschließt, dass die militärischen Bündnisse mit Gewalt abgesichert werden müssen. Das ist der allgemeine Grund für die eskalierende Kriegslage in der Ukraine. Sie ist ein Stellvertreterschauplatz für Rechte in der Welt, die die Staaten für sich beanspruchen und von den Kontrahenten anerkannt haben wollen. Hier geben und nehmen sich die Kontrahenten nichts und eine Parteilichkeit ist völlig fehl am Platze. Gegen lauter Gesellschaften, deren Produktionsweise auf der Unterordnung fremder Staatsgewalten beruht, spricht dagegen einiges. Für das deutsche liberale Publikum, das sich in Sachen Hetze gegen Russland und Parteilichkeit für den deutschen Standpunkt gerade besonders hervortut, sei noch einmal hervorgehoben. Eine deutsche Regierung, egal in welcher Konstellation, die sich rühmt, dass die deutsche Wirtschaft mal wieder irgendwo Weltmeister ist oder werden soll, eine Technologieführerschaft hat oder anstrebt, für die neue Wasserstoffstrategie ganze Weltregionen als Rohstoffzulieferer einplant, mit dem Euro ein Weltgeld platzieren will. Eine solche Regierung weiß, dass sie das gegen China und die USA nur mit der EU zu Wege kriegt. Dazu die allseits geschätzte Altbundeskanzlerin Merkel im Juni 2015. Zitat Scheitert der Euro, scheitert Europa. Ich sage, dass wir damit mittel- und langfristig Schaden nehmen würden. Wir würden Schaden dahingehend nehmen, dass wir kein relevanter Faktor mehr in der Welt wären. Wir werden, obwohl wir sowieso schon ein immer kleinerer Teil der Welt werden, nicht mehr die Bedeutung haben, dass wir uns durchsetzen können mit dem, was uns wichtig ist. Deshalb ist der Gedanke eines einigen Europas von so großer Bedeutung. Zitat Ende. Merkel will, dass Deutschland ein relevanter Faktor in der Welt bleibt, also eine Weltmacht. Das geht für sie nur mit der EU. Nur so kann Deutschland sich durchsetzen und genauso sieht es die aktuelle Regierung. Und die weiß, dass Deutschland die EU nur mit der NATO zu Wege bekommt. Dieses nationalistische Projekt tritt natürlich an für Frieden und Freiheit. Was auch sonst? Globalen Frieden für die Freiheit des deutschen Staates seine Interessen durchzusetzen, darunter die Freiheit der deutschen Wirtschaft, die Welt als Markt für sich zu richten. Das Projekt schließt den Krieg auf die eine oder andere Weise ein. Ein Text von den Gruppen gegen Kapital und Nation 21. Februar 2022 22.